Als Mittsommerfest werden die Feierlichkeiten zur Sommersonnenwende bezeichnet. In den skandinavischen Ländern sowie im Baltikum, wo die Nächte zu dieser Jahreszeit kaum dunkel werden, weiße Nächte, sind die Bräuche besonders lebendig. Die Sommersonnenwende fand in den ersten Jahrhunderten n.chr. am 24. Juni des Julianischen Kalenders statt. An diesem Datum wurde und wird das Hochfest Johannes des Täufers begangen, mit dem sich Teile des vorchristlichen Sonnenwendbrauchtums verbanden. Eine vergleichbare Tradition findet sich in Brasilien, zurückgehend auf den portugiesischen Sao Joao zwischen 12. Juni Sankt Anton und 29. Juni Sankt Peter. Aufgrund der Nähe zu den Tropen wird der Jahreszeitenwechsel dort ähnlich wie auf der Nordhalbkugel benannt und gefeiert.